Liebe Zuschauer, willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal Bananeninsel. Ich bin hier kurz vor Sligo. Wir möchten zum Atlantischen Ozean fahren, an die Küste und dort am Strand Muscheln sammeln. Es ist Sonntagspätnachmittag, 18. September, Jahr 2022. Heute Morgen eine kleine Wanderung im Wald gemacht und jetzt möchten wir etwas Seeluft schnuppern. Hier außen herum diese steil abfallenden Berge, hier unten im Tal ein See. Ich zeige euch mal dieses Panorama hier. Jetzt sind wir hier in Strand Hill in der Nähe von Sligo. Das ist so ein kleines, sieht für mich aus wie ein Touristen-Ortchen mit Strand, Restaurants, Cafés. Hier sind einige Einheimische unterwegs. Hier kann man einen schönen Strandspaziergang machen, was wir gleich tun werden. Ich habe hier einen leckeren Kaffee und einen Zitronen-Muffin und wir genießen hier den späten Nachmittag. Musik 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 Liebe Zuschauer, an dieser Stelle endet das Video. Es ist jetzt 20 vor 8 und wir gehen langsam wieder zurück nach Hause bzw. ins Ferienhäuschen. Und ja, jetzt heute war so eine dicke Wolkendecke, dass es so richtig diffuses Licht war. Jetzt ist der Sonnenuntergang. Man sieht so einen kleinen roten Schimmer am Horizont. Ja, herrlich. Ganz milde Temperaturen, gar kein Wind hier. Sehr, sehr schön. Ja, morgen geht die Reise weiter, noch ein bisschen mehr nördlich hinter Sligo. Denn dort werden wir dann reiten gehen und zwar Dienstag und Mittwoch. Da sind zwei Tage, wo wir einen Strandausritt machen. Ich habe auch zwei Stunden gebucht und bin gespannt, ob das alles funktioniert, ob es mit der Buchung geklappt hat, ob das Wetter mitspielt. Und dann wird ein großer Traum in Erfüllung gehen, einmal hier am Strand entlang reiten. Und da werde ich gerade wieder ein bisschen emotional, weil das hätte ich mir damals gar nicht vorstellen können, als es mich erwischt hat gesundheitlich. Zu dem Zeitpunkt dachte ich, das wird nicht mehr möglich sein leider. Aber jetzt tatsächlich sind wir hier und es wird, so Gott will, in Erfüllung gehen. Ja, gut. Also dann verabschiede ich mich bei euch und ich wünsche euch alles Gute. Ich wünsche euch und euren Familien nur das Beste. Gesundheit, Freude und Frieden. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Macht's gut. Tschüss. 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 Tschüss.